Die Liebe kann das Monster der Angst nicht aufhalten. Die Liebe kann das Monster der Angst nicht aufhalten. Aber sie kann nur einem Green Lantern wirklich helfen. Oh, ich liebe Helm. Kommt er auch? Nun sind wir in der Überzahl. Sagt uns, warum wir uns hergebracht haben. Toll, deshalb bin ich hier. Indigo 1, schaff mir das Ding vom Hals. Ich kann dich sehr gut verstehen, LaFlees. Aber wir haben euch nicht hergeholt. Moment mal, wenn uns keiner von uns hierher gebracht hat, wer war es dann? Das war wohl ich. Bist du sicher, dass Killer Croc hier lang ist, Batman? Er ist ins Stadtarchiv eingebrochen. Gleich da hinten. Und dann hat er etwas gegessen. Genau. Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist, Killer Croc in die Kanalisation zu folgen? Wir müssen herausfinden, was er vorhat. Los. Ja, ich bin Batman und somit herzlich willkommen zu Lego Batman 3. Ich habe mir gedacht, ich spiele auch mal so ein Lego Spiel. Warum kann ich hier eigentlich... Drück F2 oder eine beliebige Tasche. Okay. Ja, beliebige Tasche springen. Ich habe noch nie eigentlich so ein Lego Spiel gespielt. Eigentlich sind die eigentlich, ich glaube, ganz cool. So, Alter, ich drücke irgendwelche Taschen. Ah, wie geil. Wir können hier wechseln, okay. So, ich weiß eigentlich nur, dass wir zum Beispiel auch über die ganzen Lego Teile einsammeln können für Punkte. Aber was das dann genau bringt, ob wir dann irgendwie skillen können oder so, weiß ich auch nicht. So, wow. Genial. So, können wir einen Double Jump machen oder so? So. Ah, aber wir können gleiten, okay. Aber ich kann nochmal hier rüber. Obwohl, eigentlich habe ich ja alles eingesammelt. Kann ich hier irgendwie schlagen? Yeah. Ja, ja, alles auseinander nehmen. So, okay. Und was hat es jetzt gebracht? Ich muss euch auch zugeben, ich habe noch kein einziges von den Batman-Spielen gespielt, weil, ja, entweder habe ich immer andere Sachen gespielt oder war dann auch so, ja, der erste Teil nicht gespielt, dann muss ich erstmal den ersten Teil spielen für die anderen. So, also, was kann ich jetzt hier machen? Hey, Batman, ich bin es, Batman, dein größter Fan im ganzen Universum. Ich habe beschlossen, mitzukommen und dir zu helfen. Oh, das wird ja sowas von toll. Hä, und wo soll er sein? So, ähm, nein, ich will aber Batman sein. So, kann man hier noch was machen? Ein bisschen auseinander nehmen. Also, hier können wir halt alles schön auseinander nehmen. Hier ein Einkaufswagen. Keine Ahnung, was er hier unten in der Kanalisation macht. Bäm. Ich weiß nicht, findet man auch dann so andere Sachen oder, also, sag ich mal so, Gegenstände oder so, kann man das auch finden? Weiß ich jetzt nicht. So, hier oben sieht man so einen Balken. Ich denke mal, da sieht man, wie viel man noch finden kann. Oh, das können wir doppelt zerstören, okay. So, dann kann man hier drüben ja theoretisch auch nochmal. Muss ich das alles einsammeln oder? Ich weiß nicht so genau. So, halte gedrückt, um im Gegenschein auf Hüften einen Legostein zu bauen. Oh, die Hüften rum. Okay, B drücken. Ah, ja, okay. War das jetzt ein Aufzug oder so? Wie konnte ich das jetzt machen? Oh, die ganzen Lego-Teile fliegen da vorne. So, was können wir jetzt hier machen? Okay. Ah, ich drücke mal die Tasche zum Wechseln. Hm. Was kann ich hier machen? Du musst Robben steuern, um diese Anzugsmarke einzusammeln. Okay. Ja, weiß ich eigentlich schon. Okay. Alter. Okay. So, und was kann ich jetzt hier machen? Kann ich hier... Okay. Wie so beim Staubsauger. Alter, ich fühle mich ja fast wie zu Hause. Okay, und was bringt es mir? Ach, ich kann hier ja jetzt rumschießen. Bam, bam. Schau mal genial. Also wie gesagt, wenn das in früheren Teilen mal drin war, tut mir leid, weil ich das wirklich nicht weiß, weil ich es ja nie gespielt habe. Aber ich sammle da jetzt nicht alles ein, oder? So, mit Hilfe von Robben gefahren dazu kannst du kleine, rote, gelbe und grüne Lego-Steine einsammeln. Halte ich hier für X gedrückt. Ja, haben wir schon gewusst, okay. Wir müssen halt so rumziehen. Warum kann ich den auch irgendwie so einsammeln? Ich will Batman sein. Muss ich hier alle... Oh, sorry, Kollege. Muss ich hier eigentlich alles einsammeln, oder? So, ah, okay. Wir müssen halten. Wie saugt ihr das? Ah, das sind Ratten. Eins. Eins noch. Hier drüben. So, zack. Okay, und jetzt? Ah, okay. Meine kleinen Steinchen. Alle einsammeln. Sind so schön gelb und... Äh, ich mein Gold und Silber, nicht gelb. Okay, was war das? Wo versteckt sich Batman? So. Ah, okay. So, jetzt kommen wir auch weiter. Hier wieder eine Marke. Und ein paar... Oha! Flederbeiße! Meine Lieblinge! Tarnanzug. Freigeschalten. Cool. Zack. Oha. Das sieht auch mal interessant aus. Hä, wie mache ich das wieder aus? Batman kann mithilfe des Zahnanzugs verborgene Lego-Gegenstände entdecken. Hierfür B drücken. Ich habe gedacht, ich kann mich selber damit tarnen oder so. So, okay. Ist ja ein bisschen langsamer. Ich glaube, hier kann man auch noch irgendwas machen. Ich weiß aber nicht so ganz... Oh, kann ich das hier nicht kaputt machen noch? Nee. Kann ich hier rüber? Kann ich hier nicht hochklettern? Oder muss ich rüberspringen? Weiß ich... Hier ist doch noch irgendwas. Guck da! Alter, was war das für eine komische... Ah, Moment. Jetzt weiß ich es, wie es geht. So. Oh. Alter, was für ein geiler Fernseher. Okay. Eine Rätsel. Wir haben hier Rohre. Müssen wir wohl von einem Ende zum anderen, oder wie? Was passiert denn da, wenn ich das so mache? Okay. So. Dann haben wir die schon mal verbunden. Ah, okay. Jetzt fließt es hier durch und... Hey, du hast es geschafft! Du klingst überrascht. So, natürlich habe ich es geschafft. Na, gehen wir noch mit. So. Alter, was ist das hier? Soll es ein Klo sein, oder? Alles kaputt machen. Hey, kann man wirklich alles kaputt machen? Also, klar, es besteht aus Lego, aber... ist im Grunde genommen... wirklich jeder Gegenstand. Aber hier? Oh, sorry, Kollege. Okay. Okay. So, einmal durchmähen. Den machen wir auch kaputt. Okay, Moment. Und was kann ich hier machen? Gar nichts. Irgendwas... Irgendwas kann ich noch hier machen, oder? Irgendwas ist hier. Ich weiß es doch. Warte, ich drücke mal die anderen Taschen. Oh, Alter, was sind das für Moves? Achso, okay, da wechsel ich meinen Anzug. So. Oh nein, da ist Feuer. Das müssen wir wohl irgendwie abstellen. So, alles einsammeln. Okay, Moment. Aber wir müssen wohl hier eh noch... Autsch! Nein, nein, nein! Oh! Was machst du denn? Da bin ich doch gar nicht hingelaufen. Ich war hier. Bin dabei draufgegangen, oder wie? Okay, er hat auf hier... Ah, ich habe noch ein Herz. Okay, warte mal. Ich wechsle mal hier hin. So, der kann hier durchlaufen. Oh, eine Runde duschen. Na, Batman? Das kannst du nicht. Das kennen nur die ganz coolen. Und hier ist von unserem letzten Kampf gegen den Joker immer noch alles kaputt. Das war eine Menge sinnlose Zerstörung für einen Tag. So, ja, sinnlose Zerstörung mache ich auch. So, wir haben jetzt hier wieder so ein Batman-Logo. Hier komme ich doch mit dem gar nicht hin. Halt das irgendwie hier. Irgendwie hier oben muss ich doch noch was kaputt machen, oder? Aber ich komme da gar nicht hin. Ah, ich kann ja auch schwimmen, okay. Können wir hier mal weiterschauen. Ja, aber das... Ist ja auch nicht hier... Klingt ja auch nicht... Oh, kann ich tauchen? Da müsste ich doch tauchen können, oder? Wenn hier unten noch... Ich zeige mal, Sachen sind. Hier kann ich ja nur wechseln. Okay, keine Ahnung. Wie man taucht. Keine Ahnung, wie ich jetzt hier weiterkomme. Oder kann ich hier nach hinten hoch? Komm ich hier nicht weiter? Nee. Okay, auch nicht. Moment, ich hab's gleich. Ah, jetzt schieß... Jetzt hat er nach oben geschossen. Wie hat er nach oben geschossen? Da kann ich zielen. Ah, alles klar. So. Äh, ja, hier unten. Und was bringt es mir jetzt? Ich komm nicht mehr hoch. Ja, ich bin gefangen. Hallo? Ähm, Spiel? Weiß nicht, vielleicht kommt er zurück. Ah, nein, 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 nein. Scheiße. Ich laufe da schon wieder dagegen. Es reicht nicht, da rüber zu gleiten, gell? So, kann Batman vielleicht schwimmen? Oh, das war jetzt aber auch blöd, oder? Äh, ich mein, am Tauchen natürlich. Schwimmen kann er ja wohl schon. Aber irgendwie find ich die Tasche nicht. Wie komm ich jetzt eigentlich wieder zurück? Nochmal so nebenbei. Ja, scheiße. Komm ich hier hoch? Irgendwo ne Leiter. Das war jetzt nicht so schlau. Glaub ich mal. Der ist auch noch hier. Ah, jetzt hat es plötzlich schön mit einem Double Jump geklappt. Oh. Das kann mich hier noch kaputt machen. Muss mir so genau schauen. Da kann man alles kaputt machen, aber... Kann ich dann irgendwie die Leiter runterschießen? Äh, okay. Warum hab ich das kaputt gemacht? Kann ich das unter mir noch kaputt machen, oder? Nein, die Teile sind verschwunden. Hier oben kann ich den Zug runterschießen. Hm, aber die Teile kann ich doch hier einsaugen. Auch nicht. So, da drüben haben wir den Leiter, aber... Komm ich durch das Feuer mit dem Schutzanzug? Irgendwie funktioniert der Double Jump halt aus dem Wasser raus nicht. Irgendwann hat er mal funktioniert. Äh, ich bin wieder gefangen. Ich bin jetzt mit beiden gefangen. Ist natürlich auch cool. Warte, wo geht denn der hin? Soll ich nur noch tauchen können? Drück alle Tasten. Aber ich weiß nicht, welche die richtig ist. Hier hinten noch was Verstecktes. Ah! Hier kommt man wieder... einmal da vorne hin. Okay. Ist natürlich auch ganz cool. So, ah! Das hat nicht gereicht. Kann ich hier irgendwie speichern oder so? Vielleicht bei der Toilette? Hm. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich spiele es vielleicht ein paar Minuten und... Wenn ich schon irgendwann an der Stelle komme. Ich wette, ich muss ja hier... Ja, rüberfliegen schaffe ich hier nicht. Und darüber, glaube ich, auch nicht. Und hier wäre noch eine Leiter. Warte mal. Ah! Nein, 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 nein. Das war ein bisschen blöd. Aber jetzt sehe ich kaum nichts. Und hier hinten? Okay. Was hat es mir gebracht? Dass ich gleich wieder sterb wohl? Da drüben nirgends eine Leiter. Ah, Hallöchen. Was geht ab, Robin? Aber ich komme jetzt hier nicht hoch. Nein. Hier in der Ecke. Nix. Kann ich irgendwo anders hin? Robin schwimmt auf der Stelle. Guck mal, ich wechsle. Dann klappt das mit dem... Ja, mit dem Jump. Kann ich das runterschießen? Irgendwie... Auch nicht. Hier, hier zeigt es mir ein Y. Aber ich komme ja nicht... Ich komme nicht weiter. So, wo ist denn der Batman im Haupt? Alvisia! Ach so, okay. Das kann ich auch nicht kaputt machen. Kann ich da durchlaufen? Ja. Dazu nimmt es in... Meine... Lego-Steinchen. Okay. Aua. Hallo? Okay. Leute! Kinderspiele. Sind für mich nichts. Ich komme nicht weiter. Ähm... Wie mache ich dieses blöde Ding aus? Sagt es mir. Hier haben wir den normalen Anzug. Aber bringt ja nicht viel. Also, noch mal. Falsche Tasche. Hier steht. Seht euch vor Helden. Robin kann in seinem Gefahrenanzug den giftigen grünen Schleim durchqueren. Ja, aber was bringt es mir, wenn ich hier hinten bin? Dann bin ich hier. Da drüben die Leiter. Die bringt mir schon nix. Bringt mir schon mal gar nix. Hätte ich die nicht runterbekommen? Was war das gerade? Hier komme ich auch nicht weiter. Hier brauche ich Batman. Schaffe ich das vielleicht irgendwie hier rüber? Ich weiß nicht. Darf ich eigentlich sterben? Nein. Ja, toll. Ich kann mich halt nicht bewegen. Das ist halt das Miese dabei. Jetzt kriege ich meine Teile nicht mehr. Warte, warte. Robin. Schnell, 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 schnell. Ja, jetzt sind sie schon weg. Guck. Batman bleibt doch da stehen. Was heißen soll? Ich habe keinen Plan. Kann ich hier weiterschwimmen? Kann ich irgendwo durch? Nee. Ähm. Ja. Leute. Kann das Spiel mir nicht irgendwie so eine Hilfe geben oder so? Hier ist nur Pause. Ähm. Alter. Ich glaube, das Spiel ist zu schwer vor mich. Ich bin einfach zu dumm, hey. So, hier ist doch eine Leiter. Robin. Alter, du bist ja echt zu dumm. Hallo? Was macht der? Wieso bin ich unsichtbar? Alter. Alter, das ist ja mal geil. Man muss halten, dann wird man unsichtbar. Oh, Moment. Was kann ich mit dem machen? Mit irgendwo... Also, was bringt das mir? Okay. Der macht ja nichts dabei. Währenddessen. Wieso macht der nichts? Kann ich doch irgendwo theoretisch wohinwerfen, oder? So, hier haben wir nur den Tarnanzug. Warte, ich wechsle den mal. Dann macht er genau das Gleiche. Aber warum wirst er nicht? Der braucht was zum Anvisieren. Aber das ist halt nur... Der kommt halt wieder zurück, oder? Ist jetzt nicht so, dass da ein Seil dann dran ist. Ich bin hier drin. Oh, Leute. Das gibt's auch nicht. Toll, und die ganzen Teile sind jetzt nach unten gegangen. Sind einmal abgesunken. So, Robin ist hier. Und hier komm ich halt nicht mehr raus. Hier drüben sieht man halt schlecht. Guck mal hier. Oh, hier war ich gerade oben. Irgendwie. Hä? Geht da unten rum. Hallo? Wo bin ich? Ähm... Ja, langsam. Das hatte ich ja mal, oder? Robin muss doch hier irgendwas machen. So, der kann auch was werfen. So, was kann der noch? Dann kannst du mal so. Aber was hat der auf B? Der hat ja mal gar nichts. Hier sagt er auch. Hier wechseln. Kann ich noch mit dem was machen, was hier rumliegt? Hier rumballern. Ja, hier halt kaputt machen. Ein bisschen. So, und das da jetzt? Okay. Na, geht doch. Und warum erklärt mir das keiner? Welches Kind soll da bitte schön drauf kommen? Und jetzt alle schreiben, ich, 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 ich in den Kommentaren. Dann, ey, dann, ey, dann, ich glaube, das Spiel nicht mehr. Dann wird das wohl noch ewig so weitergehen. Hier schon am ersten Rätsel oder so hängenbleiben. Geht ja mal gar nicht. So, kaputt machen. So, weil hier kann man, jetzt sieht man ja mal, wo man anvisieren kann. Hallo? So, aber jetzt kann ich nachher mit Batman eigentlich auch machen. Geht eigentlich schneller. Obwohl hier hinten. Alter, kann ich alles anvisieren. Oder? Ne. Da hat grad zwei waren. So, Batman, ich komm gleich. Bin gleich bei dir. Muss nur noch hier ein bisschen. Was ist das Blaue da? Kann doch was machen. Mit B. Auch nicht. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe das schon so ein bisschen. Muss auf die Buttons. gehen und dann ist schon wieder so ein komisches Klo. Was hab ich mit dem Klo? Ne, das ist dahintert. Hier kann man Sachen wieder einsammeln. So, okay. Und wie lange bleibt das jetzt zu? Ach, der ist schon... Ah, der ist schon gelaufen. Genial. Was kann ich da machen? Irgendwas kann ich doch da machen an den Dingern. So, okay. An denen kann ich doch auch sicherlich irgendwas machen. Aber ich weiß nicht was. So, irgendwas mit meinem... ...komischen Tarnanzug. Geht auch nix. So, was haben wir hier? Okay, Moment. Aber wir müssen ja glaube ich hier... Oh, Achtung. Eigentlich eh in die Richtung. So. Äh. Ich hab doch B gedrückt. Okay. Irgendwie alles auf B. Tja, ich denke... ...etwas mehr Zerstörung kann nicht schaden. Lass uns einfach weiter. Ja, und na dann. Komm her, Robin. Wir gehen weiter. So. So. So, gefällt es mir viel besser. Wenn er einfach einen Weg hat. Und nicht so blöde Rätsel. Oh, nee. Wieder grüner Schleim. Überall. Oh, Moment. Was können wir hier bauen? Ah, okay. Und was soll das jetzt uns bringen? Da geht es doch wieder zurück. Bringt ja auch nicht viel. Was macht der schon wieder? Verfachsen. Oh. Okay. Schauen wir mal noch so ein bisschen um. Wir haben schon wieder so ein Ding. Drück F2 oder eine beliebige Tasche. Ja, und wie? Ich hänge fest. Moment. Kann ich den irgendwie völlig drüber ziehen? Hm, Moment. Vielleicht auch von oben. So, einen Moment. Wir schauen gleich nach dir. Eigentlich könnte ich auch währenddessen mit dem hier rumlaufen. Kommt der dann eh automatisch zurück. Gut. Okay. Okay.